Ein Ford Ranger steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen blauen, 5-türigen, SUV Platz. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat, Sitzheizung und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017